Zidane, Zinedine Zidane. Del Piero, Zinedine Zidane. Patrick Ovomoyen. Wer war die sympathischste Person außerhalb des BVBs, aber im Fußball, die du jemals kennengelernt hast? Hermann Gerland. Vielleicht Nervin. Super. Weil ich es mag, wenn jemand sehr offen und direkt ist. Sympathisch ist für mich jemand, der mir auch sagt, wenn ich was falsch mache, weil es mir auf Sicht hilft. Auch wenn es vielleicht in dem Moment mal weh tut. Aber das mag ich. Vor allem, was er macht, wie er es macht, was seine Werte sind. Einfach einen guten Eindruck hinterlassen und viel Respekt. Mit welcher Fußballlegende hättest du denn gerne gemeinsam auf dem Platz gestanden? Fußballlegende, Zinedine Zidane. Zidane, Zinedine Zidane. Im Fernsehen war es schon begeisternd für mich, was der gemacht hat, auch wie schlauer Fußball gespielt hat. Als ich ein kleiner Junge war, war immer Del Piero mein Vorbild. Patrick Ovomoyer. Warst du noch zu jung? Leider, ja. Das hätte nicht funktionieren können. Es ehrt mich sehr, vielen Dank. Nehmen wir mal eine wahre Legende, nicht so eine halb gekrochte Legende. Ich würde dann tatsächlich Zinedine Zidane sagen. Ich glaube, das täglich im Training zu sehen, hätte mich auch schwer interessiert, ob der einfach über allen schwebte. Del Piero, kannst du denn Freistöße schießen? Der hat auch immer Freistöße geschossen, oder? Ja, manchmal habe ich Freistöße geschossen, aber hier nicht. Hier nicht. Vielleicht kommt das ja nachher, genau. Ich muss erst noch ein bisschen üben und dann schauen wir. Bei Zinedine Zidane war einfach damals schon so inspirierend für mich. Die Art, wie er Fußball gespielt hat, wie ruhig er Fußball gespielt hat. Und das hat mich einfach inspiriert. Bis zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Dann könnte ich sie anschauen. Ja, klar. Nichts, wir sind. hasens, dass wir auch zusammenbraten. Vielen Dank.